Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge und ich habe gerade schon den PC runtergefahren, alles hin und her, wollte gerade mir selber auch trotzdem mal die 7 vs. Wild Folge reinziehen von den Teams, weil ich ja Knossi irgendwie trotzdem richtig lustig finde, zumindest in der zweiten Staffel, fand ich den cool. Und jetzt haben die schon wieder irgendeine Info rausgehauen und ich kann es nicht lassen, PC an, hin und her, weil morgen möchte ich den Community Raid machen, das soll morgen im Mittelpunkt stehen, also hau mal diese unnütze Infofolge noch heute raus. Stattet euch mit Eierlei Zugang in Pokémon GO für eure Reisen im Dezember aus. Es gab ja im Oktober für 5 Dollar so ein Oktober-Ticket, so ein Halloween-Zusatz-Bonus-Ticket, das hatte mir der Hannes damals gesponsored und geschenkt, wo ihr jeden Donnerstag im Oktober eine zusätzliche Spezialforschung gekriegt habt, wo es dann auch Brutmaschinen gab, wo es Glückseier gab, wo es andere Sachen gab. Das war cool, das hat sich gelohnt, das fand ich richtig nice, vor allem für Oktober und ich dachte, das ist Oktober, das passt so. Jetzt scheint das aber im Dezember auch so ähnlich zu sein, dass ihr im Dezember immerzu irgendwelche zusätzlichen Sachen habt mit einem 5 Euro, also 5 Dollar-Ticket. Eierlei Zugang. Also für mich, um die Platin-Medaille mit den Eierbrüden voranzutreiben, wäre es natürlich gut, Brutmaschinen zu haben, die ich nur durch Spezialforschungen und Level-Ups ein bisschen bekomme, aber mir selber ja keine kaufen kann, wegen Free-to-Play. Was ist das jetzt aber genau? Ich selber kann es mir ja eh nicht kaufen. Kauft sich es jemand von euch, ist das nützlich? Das im Oktober fand ich auf jeden Fall richtig cool, lohnt sich das hier aber. Stattet euch mit Eierlei Zugang in Pokémon Go für eure Reisen im Dezember aus. Ab 1. Dezember könnt ihr ein Ticket für Eierlei Zugang im Dezember kaufen. Enthält eine befristete Forschung und tolle Boni wie Brutmaschinen, eine erhöhte Anzahl der Geschenke, die ihr aufbewahren könnt und zusätzliche EP. Normal kann man ja nur 20 Geschenke aufbewahren, seit Corona-Zeiten waren es dann 30, in der letzten Season war der Bonus, dass man 40 Geschenke aufbewahren kann. Der Season-Bonus ist ja dann jetzt weg, das heißt wir können dann ab 1. Dezember eigentlich nur wieder 30 Geschenke oder 20 aufsammeln gleichzeitig. Mit diesem Ticket könnt ihr also den ganzen Dezember doch wieder mehr haben, aber wie viel ist dann mehr? Wieder 40 oder 50 sogar? Ist das überhaupt sinnvoll? Eigentlich brauchst du es nicht. In Pokémon Go, zeitlose Reisen, wird es jeden Monat ein Eierlei Zugangsticket geben, sodass ihr die Boni während der gesamten Jahreszeit nutzen könnt. Ja, wäre ja lustig, wenn dieses Ticket für die ganze Season gilt, also für drei Monate, aber das heißt drei Monate, drei Tickets, jeden Monat ein Ticket. Egentig, bittet euch zur Kasse. Aber wenn es gut ist, warum nicht? Das Eierlei Zugangsticket enthält jeden Monat eine neue befristete Forschung, die ab Beginn des Monats abgeschlossen werden kann. Ihr habt bis zum Ende des Monats Zeit, die Aufgaben zu erledigen, bei denen ihr noch mehr EP, Staub und Begegnungen mit Pokémon aus der Hisui-Region wie Kaumala, Togetic und Hisui-Fukano verdienen könnt. EP ist jetzt nicht so wichtig, die EP kannst du auch so machen. Staub kriegst du auch mit der Zeit. Pokémon-Begegnungen, die hast du ja sowieso in den diversen Events. Also bisher sehe ich jetzt noch nicht den Nutzen. Das Oktober-Ticket, wie gesagt, fand ich cool. Weil ihr mit dem einen Ticket vier Forschungen gekriegt habt in dem Monat. Vier zusätzliche mit richtig coolen Items. Hier kriegst du nur eine Forschung für den Monat. Und mit einem neuen Ticket eine neue Forschung, aber... Ihr könnt die Aufgaben der befristeten Forschung im Dezember bis zum 31. Dezember 20 Uhr abschließen und die Belohnungen abholen. Eierlei Zugang Dezember ist bis zum 29. Dezember erhältlich. Wenn ihr das Ticket jedoch früher kauft, habt ihr mehr Möglichkeiten, alle zusätzlichen Boni zu nutzen. Schaut regelmäßig im Shop vorbei. Von Freitag den 1. Dezember 10 Uhr bis Sonntag den 31. Dezember für 5 US-Dollar. Befristete Forschung. Ticket kann auch an Freunde versendet werden. Also ab Stufe 2 Superfreunde. Bla 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 bla. Boni im Dezember. Ihr erhaltet eine Einweg-Brutmaschine für den ersten gedrehten Pokestop des Tages. Okay, das heißt, wir bekommen in diesem 5-Euro-Ticket 30 Brutmaschinen. Die ist zwar nur einmal nutzbar, aber trotzdem kriegt ihr jeden Tag eine Brutmaschine. Beim Drehen des ersten Stops, die ihr nutzen könnt. Also theoretisch 30 Brutmaschinen so. Oder halt 31. Ihr erhaltet dreifache EP für den ersten Fang des Tages. Das ist nichts wert. Ihr erhaltet dreifache EP für den ersten gedrehten Pokestop des Tages. Ist nichts wert. Ihr könnt bis zu 50 Geschenke pro Tag öffnen. Okay. Ihr könnt bis zu 150 Geschenke pro Tag verschicken. 100 war bisher das Maximum. 150 verschicken. Ist eigentlich richtig cool. Hätte mich gefreut auf dem Main, auf dem Habanero. Boah, es gab sogar Tage, da habe ich nicht mal 40 Geschenke verschickt. Ich habe 40 im Beutel gehabt. Hab die vergessen zu verschicken, hab die nächsten Tage auch noch gehabt. Also da 150 zu verschicken jeden Tag, das adet ja wieder in Stress aus. 50 öffnen ist cool. Einfach abends da sitzen, 50 öffnen, mit denen man leveln möchte. Statt 40, das ist cool. Aber das ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt für 5 Dollar kaufen wollen würde, diesen Bonus. Ihr könnt bis zu 40 Geschenke im Itembeutel aufbewahren. So wie wir es jetzt die letzten Sachen hatten. Okay. Eierlei Zugang, befristete Forschung im Dezember. Freitag, 1. Dezember bis 31. Dezember sammelt mit Kaumalad EP und Sternenstaub. Schließt die Aufgaben der befristeten Forschung ab, um folgende Begegnungen zu erhalten. Zusätzliche EP, zusätzlicher Staub, eine Begegnung mit Kaumalad. Das heißt, es gibt eine Forschung und in dieser einen Forschung kriegt ihr einen Kaumalad. Wäre für mich jetzt ein bisschen wenig. Also das war die ganze News. So, habt ihr da Bock drauf? Sagt ihr, cool, ich freue mich über die EP, über den Staub, über die Geschenke, über das Kaumalad, über alles. Das kaufe ich mir sowieso, das ist richtig genial. Oder nehmen dir einen kleinen Abstand dazu und sagt, warte mal, im Oktober war das richtig genial. Das hat sich gelohnt. Und das hier ist mir zu wenig. Denn die meisten Dinge, die es gibt, die sind nichts wert. EP sammelst du, wie gesagt, auch so in Staub. Und für 5 Dollar, das Einzige, was halt was wert wäre, wären die Brutmaschinen. Für 5 Dollar jetzt 30 Brutmaschinen zu kriegen, die du jeden Tag kriegst, aber einmal nur nutzen kannst. Das ist das Einzige, worüber ihr nachdenken müsst. Möchtet ihr das? Ist euch das das wert? Nehmt ihr das mit? Schreibt es mal in die Kommentare. Falls mir jemand das Ticket schenkt, komme ich mir den Eiern ein bisschen voran. Aber so cool finde ich das Ticket, wie gesagt, nicht. Würdet ihr euch es kaufen? Kauft ihr es euch? Schreibt es mal rein. Ich würde es mir nicht kaufen. Selbst wenn ich den Main hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht kaufen. Aber auf dem Habanero darf ich eh nichts kaufen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Das war es von meiner Seite aus. Mal gucken, wie die nächsten Forschungen dann sind in den nächsten 2 Monaten. Aber wenn jetzt Kaumalat im Fokus steht, das ist ja eigentlich schon das Coolste von den 3 Pokémon. Aber für eine einzige Begegnung, 5 Dollar. Näh. Brutmaschinen. Müsst ihr selber entscheiden. Das war es. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.